Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zu einer Bitcoin-Chart-Analyse, die letzte Chart-Analyse im Oktober. So, jetzt gilt es nämlich so langsam. Ich habe ja heute schon in der Telegram-Gruppe gesagt, der Kurs läuft aus dem Aufwärtstrend hinaus. Du siehst es hier, die gelben Linien hier ist unser, oder in der Richtung, Aufwärtskanal. Der Kurs ist jetzt heute Morgen hier ausgebrochen, beziehungsweise bärisch eben ausgelaufen. Es gab noch einen kleinen Versuch, den Kurs hier zu retten, aber hilft ja nichts. Plus selbstverständlich, dass der Kurs übergeordnet jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen, also jetzt quasi zum Start vom November, bärisch ist. Darauf haben wir hingearbeitet. Du siehst, der Kurs nähert sich wieder der 20.000er-Marke und die Woche sieht echt nicht gut aus. Also was die News angeht, wir werden hier viele Zinsentscheide haben von der Federal Reserve. In Großbritannien werden Zinsen bekannt gegeben. Europa wird natürlich auch nochmal ein paar Sachen diese Woche haben. Das werden wir hier auf diesem Kanal dann auch nochmal covern. Ansonsten gerne unten in die Telegram-Gruppe reinjoinen und auf dem Laufenden bleiben. Ja, und wir werden heute nochmal sehen, was der Kurs hier macht, nachdem er, wie gesagt, hier rausgelaufen ist. Wir haben jetzt hier quasi diese bullische Gegenbewegung, die hat natürlich das Ziel, hier nochmal reinzugehen. Wir werden heute nochmal schauen, wird es gelingen? Neh, so viel sei schon mal verraten. Also alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute begrüßen zu dürfen zu dem zugegebenermaßen etwas längerem Intro mit viel Gelaber. Entschuldigung, heute ist Montag, wir machen das. Also jetzt quick, wenn dich das Ganze noch nicht abgestreckt hat, du mehr über Bitcoin wissen möchtest und dich von Market Maker nicht veräppeln lassen möchtest, dann gerne kostenloses Abo dalassen für noch mehr Ad-Hoc-Infos. Für die aktuellsten News, die es zur Krypto-Szene gibt, die kriegst du natürlich auch exklusiv hier im Telegram-Channel von mir. Also join und mach mit. So, also rausgelaufen, geht nach oben, geht nach unten, wunderbar. So, also als erstes mal vielleicht die aktuelle Situation, nochmal das Update von unserem Setup, was wir uns jetzt hier gebaut haben. Unsere Redzone hier oben hat immer noch Bestand, das heißt das Maximum, das Target, was wir hier haben oder was Bitcoin hier haben kann, auch bei einem bullischen Ausbruch jetzt über die Woche, je nachdem wo der Kurs dann herkommt, das werden wir dann sehen, sind ungefähr, oder sind hier die 21.159, so wie ich mir das hier angezeichnet habe. Wenn man hier irgendwie, yippie, 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 schweine, wacke, Richtung 100.000 hoch geht. Schreibst mir gerne mal in die Kommentare. Haben die Leute eigentlich noch ihre Laser-Eyes an? Auf Twitter, weil die haben ja gesagt, Laser-Eyes till 100k. Okay, würde mich mal interessieren, ist schon eine verdammt lange Zeit. So, machen wir es wieder klein, dramatische Einblendung ist jetzt vorbei. Wir schauen nochmal in den Chart hinein und zwar, so brauchen wir nicht, zack, zack. Da, also, wir haben erstmal festgehalten, Monatswechsel, seitdem geht es runter. Also, wir hatten hier unseren doppelten Boden, der sich ausgespielt hatte, nach diesem Dump, hier der kleine doppelte Boden, der eben ab 20.451 jetzt hier sein Potenzial oben ausgebildet hat, konnte nicht weiter gepusht werden, auch nach einem erneuten Versuch. Jetzt müssen wir halt den Chart wieder uns hier angucken. Also, hier, das ist der Versuch, diesen doppelten Boden weiter zu pushen über unseren Widerstand, hat doppelt nicht geklappt, war schon das erste Mal ein negatives Zeichen und so auch jetzt. Jetzt, also, ansonsten sehen wir hier, dass der Kurs hier bei 20.493 erstmal ein Limit hat, sprich, hier den Widerstand hat. Wir haben hier den WeWeb mit reingezeichnet. Auch da bereiten wir fürs nächste Jahr schon ein bisschen was vor. Da bin ich so ein bisschen schon am Schreiben. Also, deswegen hier auch schon mal ein bisschen eingewöhnen mit dem WeWeb, was wir jetzt hier haben. Auch da, sollte der Kurs drüber kommen, wird er hier scheitern. Wir werden gleich nochmal, deswegen, äh, sollte er drüber kommen. Wie gesagt, haben wir hier nochmal den Kurs, um hier tatsächlich reinzukommen in unseren Aufwärtstrend, der sowieso jetzt schon negiert ist. Wir werden ihn aber trotzdem nochmal machen, damit wir das nochmal sehen. So, lokal für heute Widerstand wäre hier bei 20.699. Den Aufwärtstrend werde ich jetzt erstmal wegmachen. Der interessiert uns erstmal nicht. Der ist gebrochen, der ist rausgelaufen. Das hatte ich heute ja schon in der Telegram-Gruppe erwähnt. Und ich glaube, hier auch schon zweimal im Video. Okay, lassen wir jetzt erstmal. Also, Widerstand. Ansonsten wird der Kurs seine Abwärtsfahrt noch nicht beenden. Wir machen mal den stochastischen RSI. Sonst enthalte ich dir ja Informationen vor. Also, hier wird nämlich klar, warum ich jetzt auch schon wieder den, ähm, Widerstand hier eingezeichnet habe. Das heißt, der Kurs wird erstmal versuchen, die 20.493, äh, zu durchbrechen, was er hier im Kleinen ja schon gemacht hat. Ich ziehe es hier nochmal ganz groß. Also, einen ähnlichen Versuch wird er jetzt hier weiter treiben. Den ersten Widerstand, das lokale High, äh, wird er hier haben. Äh, das Target des bullischen Ausbruchs, wenn wir hier im 1-Stunden-Chart sind, sind 2.600, äh, 20.699. Ansonsten, die Red Zone geht bis 20.845. Das ist das lokale High, was wir hier haben. Aber der Breakpoint war eben bei 20.700. So, also, das gesagt ist, bullische Gegenbewegung kommt, äh, die wir hier haben. Ansonsten sieht es aber übergeordnet so aus, wenn wir hier größer schließen sollten, sogar vielleicht im Daily, dass der Trend definitiv hier bärisch ist. Definitiv, was heißt das für uns? Wir switchen einen Chart nach oben. Dann siehst du, was wir hier sehen, nämlich der 2-Stunden-Chart ist hier schon bärisch gecrossed. Äh, immenser, ähm, immenser Abstand. Das heißt, hier ist der Druck von oben drin. Ich erwähne trotzdem nur nochmal, äh, wir starten einfach jetzt eine volatile Phase wieder ein. Hier die Widerstände. Ansonsten ist das erstmal, geht erstmal nach unten der Trend. So, ähm, hätten wir das auch erstmal 2-Stunden-Chart bärisch. Hier siehst du das gleiche in grün. Hier gab es schon, ah, krass, gab jetzt mittlerweile den bärischen Cross hier unten. Das heißt, hier wird sich eine Talsohle ausbilden, allen voran, äh, oder allen anscheinend nach, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die Vorzeichen, was jetzt hier angeht, ist bärisch, was, äh, was eben die fundamentale Seite angeht. Also die Federal Reserve wird, äh, wird noch ihre Zinsentscheide bekannt geben diese Woche, äh, wie gesagt, Großbritannien ebenfalls, aber auch Federal Reserve. Es wird alles wieder sehr, sehr überraschend kommen, wie der, wie der erste Schnee in Deutschland, gell, alle Jahre wieder, plötzlich ist, äh, ist Winter und es schneit, ähm, wird es auch so sein. Weil die Federal Reserve hat ja schon vor Wochen bekannt gegeben, dass, äh, solange sich irgendwie an der aktuellen Lage nichts ändert, ähm, selbstverständlich bis zum Jahresende hin und jetzt, sogar seit neuestem darüber hinaus, der Kurs eigentlich vor sie Zinsen anzuheben. Also es ist nichts Neues, ja, es, die Höhe wird wahrscheinlich, äh, wird aktuell geschäft von, äh, von 75, also 0,75 Prozentpunkten, die angehoben werden, ähm, werden wir sehen. Auch das, äh, wird, äh, höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir jetzt eben so eine gedrückte Stimmung diese Woche haben. Nächste Woche, äh, die, äh, Vorwahlen in den USA, was als möglicher Auslöser vielleicht in den News dann, äh, sein könnte, dass der Kurs sinkt, deswegen sage ich ja, also, deutlich sinkt, deswegen sage ich ja, die ersten ein, zwei Wochen sind jetzt hier erstmal bärisch gestimmt bei The Rumors Sell the News. Ähm, ähm, aktuell wird es, äh, ein bisschen, bisschen Hoffnung gebe ich zum Schluss. Erinnert mich daran, ist gut, bei einem Video auch niemand ein bisschen schwierig, aber, äh, wir schauen uns dann mal ganz fix zum Schluss als Bonusmaterial, äh, auf dieser Blu-Ray, ähm, die hohen Timeframes an und die Indikatoren, weil die sind wie ein Flitzebogen gespannt. Also, äh, die laufen komplett quer zum aktuellen Weltgeschehen, deswegen, da ist ein Katapult drin. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wurde aufgekauft, harte Rejection hier im 4-Stunden-Chart, Totalsohle haben wir hier schon mal, äh, gegeben. Hier das Bild, haben wir uns jetzt die letzten Tage in der letzten Woche mehrfach angeguckt, hier im stochastischen RSI, wir sind bärisch gestimmt. Ne, ne, überkaufter Bereich, äh, der jetzt so langsam abgefeiert wird und, bumms, hier sehen wir das auch, die Bullen treiben den Kurs hier nochmal nach oben in den überkauften Bereich, deswegen sage ich, in den nächsten Wochen, äh, wird es hier wohl runtergehen. Also, Vorzeichen erstmal nicht gut, Daily, wie gesagt, für die, äh, für die Woche, hier der Kurs eher nach unten und ansonsten werden wir uns hier den Chart anschauen. Das erste Ziel, wie gesagt, ist jetzt, damit wir das, ich glaube, zählt mal mit, ich glaube, dieses Video können wir ein Trinkspiel machen mit, wie gesagt, äh, tut mir leid für die Alkoholvergiftung. So, also, unser Support bei 20.000 wird hier nochmal angegangen, wird, äh, wird der Daily Close hier unter WeWeb unter 20.500 angehen. Unten siehst du schon den, äh, Q-WeWeb, ähm, sprich am 1. Oktober angelegt, äh, im Prinzip ist es noch der Monats-WeWeb, aber, äh, wir lassen den jetzt einfach so laufen, damit wir das sehen, liegt beim All-Time-High, so in der, in der, in der Duftrichtung im Prinzip, also bei 19.701 ist aktuell der WeWeb. Ähm, auch das wird nochmal angegangen, ist wahrscheinlich, deswegen habe ich es hier drin gemacht, ähm, aktuell in den nächsten zwei Wochen das Target des Kurses. Also, dahin wird es den Kurs erstmal ziehen, ähm, werden wir einfach mal schauen, wie der Tag hier verläuft. Ansonsten, wie gesagt, eher bärisch, die Zonen siehst du hier alle rechts eingezeichnet, die wir ja als Supports haben. Der Kurs, wie gesagt, kurzfristig erstmal, äh, bullisch im 1-Stunden-Chart haben wir ja gesehen, der, da muss eben die 20.500er Marke durchbrochen werden und eben der Ausbruch bis hier wahrscheinlich, also bis 20.700, um dann vielleicht nochmal abzuflachen und als Support aufgebaut zu werden. Das jetzt so gesagt, wir sehen aber jetzt schon, dass wir hier hart rejected werden. Der endgültige Kurs für die Woche ist wahrscheinlich die 20.000er Marke hier nochmal zu bestätigen. So, soweit so gut. Wie gesagt, wir lassen uns von den Market Maker nicht veräppeln. Denn, äh, das Ziel von, äh, was war das, 22.500 ist ohnehin nicht geglückt. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, gut. Gut, in der Hintenreihe, perfekt. Wir wollten uns nochmal in den hohen Timeframes was anschauen. Danke für die Erinnerung. Heute bin ich aber echt interaktiv, oder? Wir machen einmal, äh, therefore, stochastische RSI, äh, RSI, RSI. Sorry for that, I'm not a native speaker. So, moving average. Aber, wir fangen hier im Weekly an. Hier hatten wir das letzte Bild. Äh, nur mal kurz, den Kurs machen wir weg. Das brauchen wir jetzt sowieso nicht. Hier siehst du überkauft. Das heißt, wir werden hier nochmal ein paar Tage, Wochen, ähm, wohl damit verbringen, hier, ja, ein bisschen seitwärts zu gehen und dann eventuell, ähm, vielleicht sogar zum Jahreswechsel, dann, ne, saure Gurkenzeit zu haben. Aber, aber, bumms. This, this, my friend. Ja? Wir sind hier im Monthly, und das sage ich ja, das geht komplett konträr, äh, zu dem, was, oder, eigentlich mittlerweile kann man es hier schon fast schon absehen. Der Kurs möchte nach oben. Das ist komplett unterkauft, äh, die, äh, Bären schwächeln auch. Der Kurs möchte nach oben. Wir sind hier im Monthly. Das heißt, das hier ist das, was ich schon die ganze Zeit sage, was ich mir angucke, wie lange denn unsere saure Gurkenzeit denn anhalten wird. Gut, so, langsam werden wir konkreter, du, du verstehst es, wir werden auch dann zum Jahreswechsel, wahrscheinlich auch, dann werde ich dann so raushauen, Dezember oder Januar, dann eben meine Prognose, die wir hier angehen, also wie lange ist das Jammertal? Erstmal grob in den Daumen gepallt, kann ich schon mal sagen, äh, naja, also ich sag mal so, wir werden wieder im T-Shirt rumlaufen, äh, wenn es, äh, wenn wir wirklich hier die 100k antesten, so sieht es derzeit aus, aber das ist alles noch nicht spruchreich, wollte ich aber natürlich nochmal kurz teilhaben lassen. So, 14 Minuten sind auf dem Tacho ohne Schnitt, werden wir gleich noch ein bisschen kürzen, wahrscheinlich, also, wir sehen uns beim nächsten Mal, mach's gut!